Ich habe kein Headset drin. Der Gin-Fax mit dem schönen Malboro-Emblem. Gott, ich kann nicht mal spawnen richtig schlecht hier aufs Scheiß-Nuketon. Scheiße, drückt er mir. Hm, wo ist er denn? So ein Pio wär stolz auf mich. Hm. Hm. Fuck, ist er so schnell? Gibt's ja gar nicht. 6-3, naja. So-la-la läuft's hier. Eigentlich müsste er hier spawnen, aber ich habe echt keine Ahnung, wann ich spawn's hier. Oh, scuffed er mich schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, schöne 3er-Streak hier. Der vierte. Woah. Da hab ich ihn eigentlich schon tot gesehen. Da hab ich ihn eigentlich schon tot gesehen. Hoffentlich hat er Muni für mich. Ja, hat er schön. Gut. Also, ich bin hier grad mächtig am Improven. Also, der wär Mpio richtig stolz auf mich. Da bin ich mir aber sicher. Ja. Der. Der. 17 zu 6, noch 3 kills, dann habe ich es geschafft. Hm, wo spawnt er denn, ey? Schade, ich wollte ein bisschen Warlock machen. Scheiße, na komm, jetzt will ich die Statistik nicht versauen. Ne, jetzt drückt er mir noch das Gips doch gar nicht. Unnötige Devs jetzt hier am Start. Der drückt mir noch einen Kill rein. Und gewonnen, geht doch. 20 zu 9, er hat am Ende fast, er hat, äh, ein paar, paar Kills hat er mir noch reingedrückt am Ende. Ansonsten ein ganz stabiles Match. Wir haben beide M8 gespielt, eine echt geile Waffe, muss man auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, Leute, bewerbt euch weiterhin. 1-on-1-Spielen könnt ihr, äh, also im Black Ops 3 jetzt auch, wenn ihr, keine Ahnung, ähm, Black Ops 1 mache ich von mir aus auch noch und MW3 mache ich auch noch. Ist mir eigentlich egal. Aktuell ist mir sogar Black Ops 1 sehr gerne. Egal. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bögel.